Dieses Video soll Ihnen zeigen, wie Sie eine auf Amazon gekaufte Lizenz korrekt registrieren. Entweder haben Sie direkt von Amazon per Post diesen Lizenzbrief erhalten oder Sie haben von Hedland Software über Amazon diesen Lizenzbrief per E-Mail erhalten. In beiden finden Sie die Kundennummer und auch das Kundenpasswort. Gehen Sie auf unsere Homepage und loggen sich hier mit dem Punkt Anmelden mit diesen Daten in Ihrem Kundenbereich ein. Tragen Sie die Kundennummer sowie auch das Kundenpasswort in die entsprechenden Felder ein und klicken dort auf den Button Login. Wenn Sie nun auf den Button zu Ihrem Kundenbereich klicken und dort in den Bereich Lizenzen wechseln, so sehen Sie bereits schon die bei Amazon gekaufte Lizenz. Wechseln Sie als nächstes auf die Seite Persönliche Angaben und füllen diese Maske bitte komplett aus. Diese Daten werden von uns keinesfalls weitergegeben. Sie helfen uns aber bei einem Anruf von Ihnen, Sie in unserer Datenbank zu finden und Ihnen wieder Zugang zu Ihrem Kundenbereich zu verschaffen. Bei einer Bestellung versandt durch Händler lagen uns Ihre persönlichen Daten bereits vor und die Lizenz ist auch schon komplett auf Sie hier im Kundenbereich eingetragen. Sie müssen hier nur noch die Maske ergänzen mit Ihrer eigenen persönlichen E-Mail-Adresse. Diese ist besonders wichtig, denn Sie könnten sich hier über unsere Passwort-Vergessen-Funktion sich jederzeit ein neues Passwort entsprechend an Ihre E-Mail-Adresse zusenden lassen. Der nächste Schritt ist die Registrierung des Programmes selbst. Ich rufe mir das Programm auf und wenn ich mit der Maus in die rechte Fensterhälfte bei Projekte komme, aktiviert sich hier dieser Bereich. Sie sehen hier Offline-Nutzung Lizenzdaten noch nicht abgerufen. Mit einem Klick auf den Schlüssel öffnet sich das Registrierfeld. Hier klicke ich auf Freischalten. Hier trage ich nun wieder die gleiche Kundennummer und das gleiche Passwort ein, mit dem Sie sich gerade eben auch auf uns auf der Homepage eingetragen hatten. Nach einem Klick auf Freischalten verbindet sich das Programm mit unserem Server und holt sich die letzten Lizenzdaten. Sie sehen Vollversion. Ich kann das Fenster schließen und auch hier sehen Sie, hat es sich den passenden Lizenzschlüssel auch noch nachgeladen. Klicke ich hier nun nochmal auf die rechte Fensterhälfte, sehen Sie auch hier Detlef Mustermann, die Lizenz ist registriert. Hier nur eine kleine Besonderheit. Starte ich das Programm neu und es öffnet sich, so werden Sie sehen, steht hier nicht mehr Detlef Mustermann, sondern wieder Offline-Nutzung Lizenzdaten noch nicht abgerufen. Das ist in diesem Falle normal, weil das Programm arbeitet bis zum Fertigstellen komplett ohne eine Internetverbindung. Gehen Sie einmal zurück wieder auf Projekte und waren vorher auf Fertigstellen, sehen Sie, hat er auch bereits seine Lizenzdaten noch einmal überprüft und es steht hier auch wieder Detlef Mustermann. Auch Sie sehen hier Vollversion. Sollten Sie weitere Produkte gekauft haben oder kaufen, so könnten Sie diese hier auch genauso wieder registrieren. Sollten Sie Fragen haben, drücken Sie einfach im Programm die F1-Taste oder hier oben auf das Logo und wechseln hier über Hilfe entsprechend in die Anleitung. Genau so erreichen Sie unser Support-Forum, unsere Support-Website oder auch entsprechend die Möglichkeit, ein Support-Video sich zu einer Funktion direkt anzusehen. Wechseln Sie einfach auf die Seite, gehen in das Produkt und hier finden Sie eine Riesenliste mit allen Funktionen, die Ihnen das Programm bietet. Einfach das Video anschauen, zuhören und im Programm nachstellen. Sollten Sie Fragen haben zu unserem Programm und möchten uns per E-Mail kontaktieren, so geht dies entweder über support.atlan-software.com oder noch einfacher, Sie wechseln in Ihren Kundenbereich, dort entsprechend auf Nachrichten und tragen uns hier entsprechend Ihre Nachricht ein. Bitte benutzen Sie nur einen dieser beiden Kommunikationssäge und gehen nicht über Ihr Amazon-Konto. Nur auf diesem Wege ist sichergestellt, dass Ihre Nachricht unser gesamtes Team erreicht und jemand Ihnen sehr schnell helfen kann.